getestet haben oder so langweilig immer alles nur gesagt gekriegt gekriegt ja deutsch gut eine höhle da könnten wir mal reingehen aber erst morgen bevor ich euch zwar jetzt wieder vergesst nein das noch mehr okay ich lasse ich dann doch liegen das kopf kann es sein oh ja das wirks auch immer weiter dass auch ich glaube ich mache es auch ein bisschen schneller bevor ich vor niederen von niederen kreaturen heimgesucht werden das ist meistens unschönen ist immer noch nicht fertig okay dann packen wir dich einfach da rein moment es hat die vier haben gereicht für die ob das kann sein dass irgendwie zehn prozent höhere effizienz oder so hat weißt du erklären warum das vierte dann trotzdem noch angegangen ist okay jetzt anders machen soll ich hätte den ganzen steck davon verwenden müssen na blöd gebe beim nächsten mal ich wollte auch eine größere truhe größere truhe kommt sofort ding 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 so jetzt mal da oben das ganze erz zeug dingens hin so kohle da auch und das lassen wir jetzt mal so die zeppeln können wir draußen mal pflanzen mal wieder so ein bisschen da 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 vielleicht ein drüben auch noch und da drüben ist noch recht leer dann kommt jetzt hier an die kohle 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 meint aber jetzt drüben dann ans kupfer und dann schauen wir mal ach genau unten war ja die hülle die wollte ich auch noch erkunden ach und unten war ja auch noch mal kupfer das habe ich nicht ganz rausgeholt ich habe einfach viel zu viel zu tun dann mal überlegen ich brauche auf jeden fall redstone brauchen also es wird viel viele höhenturen wird es geben würde ich mal sagen weil ich das einfach brauchen wir das ganze zeug und jetzt muss ich irgendwie rüber komme ich da nein komme ich noch nicht komme ich jetzt ja ja leicht schief was soll's und da drüben glaube ich noch was also kopf war gibt es hier genug das müssen noch 10 finden das ist soweit ich weiß tiefer gelegen ich glaube so level 40 abwärts so und das war es hier glaube ich in der gegend ich glaube da mache ich einfach noch eine fackel hin damit es nicht zu dunkel ist wird es bleibt ah uran uran da gehe ich auch noch gleich hin wo es mich da jetzt runterhaut ja auch wo war es jetzt nein da ist uran da brauche ich jetzt aber die ist da nein ist nichts mehr komme ich das eigentlich so rum nein komme ich nicht kann ich das machen jetzt ich glaube ich da jetzt einfach mal runter also habe ich da ein bisschen kies von dem weg oder so hoch so und wo war es jetzt da ist es alles meins alles meins was ich mir überlegt habe vielleicht habe ich doch noch buildcraft dazu aber ich würde sagen das dürft ihr entscheiden ob ihr jetzt buildcraft noch dazu haben wollt ich denke viel an der map änderts glaube ich gar nicht ich glaube nur in der wüste kommt dann öl kommen öl vorkommen das ist das einzige ansonsten änderts an der map nichts hallo ja hallo Herr Zombie hallo wie sie springen springt für mich springt für mich gebt mir eure ep oh wenn man von Teufel redet da ist Zinn und zuerst mal kurz hier ausleuchten ok ist genug ausgleichert was erste es ist die frage Zinn geht auch mit einer steinhacke gut hoch wo kommst du auf einmal her Zinn yeah so will ich das Zinn besten wäre es noch wenn wir direkt Dias finden aber da müsste ich schon ziemlich weit runter ich denke das ist uns noch nicht vergönnt und noch mehr Zinn ja unglaublich also Erze gibt es hier wirklich in Massen das heißt mit Industrial Craft also auch die Industrial Craft ja au ach ja sieh mal einer an eine NPC eine kleine Mine wo ist denn der ja hat der ganz frech auf mich gewartet was soll denn das ja hallöchen noch so einer Spinnennetze oh Spinnennetze Spinnennetze gefällt mir gar nicht das heißt meistens ein Spinn Spinn-Spawner ja ich hab so einen Sprachfehler das heißt ein Spinn-Spawner ne da möchte ich jetzt noch nicht hin aber wir werden da auf jeden Fall hin gut dann mag ich da jetzt schon hin ach ich geh einfach mal kurz hin Hallihallo das stört in meiner Sicht oh ein Skelett oh nein oh nein wie mach ich das jetzt uch auch auch dumme Spinnene oh ein Zombie ist das nein nein oder klasse klasse da drüben ist ein noch ein Spinn-Spawner so mal hier ein Leuchtdingens äh Fackel drauf ein da drüben ist doch nicht doch da ist wirklich einer ein Dungeon ein Dungeon ein Dungeon ein Dungeon ein Dungeon jetzt hier sterbt doch im Flucht ein du 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 cool Musikdisk Moment so geht es schneller oh nein bin ich dann gleich voll oder oh ja bin voll äh brauche ich irgendwas nicht ach den einen da den kann ich da ach dann habe ich doch immer den Eimer ach das Rottenflash brauche ich auch nicht zwingend oh mein Gott aber jetzt bin ich schon voll vielleicht sollte ich dann doch nochmal umkehren und mir den Zombie hier vorknöpfen so bisschen noch ausleuchten ähm ach da dann komme ich von da oh Uran und Kupfer das kann ich aber noch mitnehmen schaut aber auch ein bisschen dunkel aus da ist Kupfer in der Decke Kupfer in der Decke Spinne Spinni Hallo oh nein Kohle also nicht dass ich was gegen Kohle hätte aber nicht einmal anfangen da hocken wir ewig drin überall Kohle ich glaube das wird die letzte Kohle aber das sein weil danach ist mein Inventar komplett voll äh Quackel und noch mehr Kohle so ich denke nach der Kohle werde ich wieder nach oben verschwinden müssen wahrscheinlich ist jetzt Nacht und dann schauen wir mal ganz schnell äh doch die richtige Richtung das verwirre ich mich jetzt schon na großartig wie wird es dann erst weiter drin wie schaut es denn aus doch es ist Tag ich denke dann werde ich die Gelegenheit noch nutzen und schnell heimgehen und mein Zeug ablabern so ich brauche hier irgendwie einen bequemeren Aufstieg ich könnte es ja nicht tragen irgendwie so Seili runterhängen lassen das wärs das wärs wenn man die Liane runterklettern könnte hm sollte man dem guten Notch mal sagen also dass man die Liane einsammelt und dann selber irgendwie keine Ahnung runterwirft keine Ahnung wie das dann anstatten gehen soll oh ein Weizenteil ist fertig oh sogar zwei aber nein mein Ende ist zwar voll aber hat Weizen drin aber keine Samen gell verdammt Mist oder doch höh oder kam jetzt einfach keine Samen mit raus hier liegen irgendwie keine so ein Beschiss okay erstmal rein ein bisschen aussortieren Monster Stuff Feile Knochen also Strings dann habe ich hier einen Eimer Gravel Uran noch mehr Eisen Music Disc ich weiß nicht ob ich noch mehr Musik hören wollen Kupfer Zinn dann kommt hier das Zinn hin ja nochmal die Kiste schauen wir es nicht da hin äh tun wir einfach da den Schund hier hin da den Schund äh da muss hier unten hin so 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 und so äh noch mehr Kohle behalten wir mal noch ein Teil das behalte ich sowieso die Kakaobohne die tue ich jetzt mal da hin das behalte ich auch und ein bisschen Essen essen so so jetzt da und das eine Weizen das lasse ich auch hier und jetzt gehe ich mal pennen so so dann so dann so dann ein Brot nein kein Brot es ist da wirklich kein Samen mit rausgekommen das kann es ja nicht sein da sind Samen manche mache ich das so so und so genau 3 großartig blub 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 ich hätte eigentlich hier mit Erde auffüllen können mhm 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 nicht ein nur noch eine Runde mhm jetzt da mal kurz futtern dann brauche ich den Zaun wohl woll hier könnte ich ein ach komm den schenke ich mir dann brauche ich Zäune Ach komm, was soll der Geiz? So und so, plopp. Ist schon viel zu viel, aber was soll's? Ich denke, ich werde es noch öfters brauchen. Da und da. Und ein da. Ein Zauntor wäre jetzt nicht schlecht. Da, da. Und da. Zauntor. Okay, das nächste ist ein Zauntor. Nein, was sind denn Sticks da? So und so. Zauntor? Wo packe ich's denn hin? Ach, packen wir's da hin. Plopp. So und so. Okay, du guck den doch weg. Der stört. Und da. Ja, wunderbar. Ist doch süß. Unser kleines Feld. Großartig. Ich bin begeistert. Sind jetzt nur vier geworden. Deprimierend. Hmm, soll ich das jetzt austesten? Ich werde sowieso noch Stone brauchen. Toil. Toil. Vielen Dank.